Wir sind jetzt unterwegs in einem Bauernhof. Dort ist kürzlich etwas überaus Seltsames passiert. Die Leute suchen immer eine plausible Erklärung. Aber wenn man zum Tatort fährt und weiß, wonach man suchen soll, dann findet man schnell raus, ob es ein Troll war. Wieso darf niemand was davon erfahren? Los, die Kamera aus. Sofort. Sag mal, denkst du, Michael Moore hat nach dem ersten Versuch aufgegeben? Nein. Willkommen mit. Glaubt einer von euch an Gott oder an Jesus? Hey, keiner von uns. Stimmt das? Die können Christenblut riechen? Dort holen wir ein Weilchen, bis man einen Troll fängt. Vielleicht filmt der Kerl uns ja. Er hockt bestimmt irgendwo und lacht uns aus. Es gibt zwei Hauptgruppen, Berg- und Waldrolle. Zieh dir das hier mal an, Thomas. Oh, scheiße. Den Ringlefinch. Dusselat. Rimtosser. Toll! Lauf! Verdammt! Verschindet! Da kriegen wir keine zehn Pferde rein. Ich bin Christ. Hörst du die Scheiße. Du bist Muslimen, oder? Ja, ich bin Muslimen, ja. Muslimen. Müsste doch gehen. Wird sich zeigen. Fynn- 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 Fynn-